So wie manche von euch weiß haben wir in Nordic Way jetzt einen Turbo Intensiv Kurs. Was bedeutet Turbo? Das bedeutet 0-C1 in 4 Monaten. Das ist ein unheimlich hartes Tempo. Das ist so instande gekommen, weil ein von unseren Auftragsgebern, Notellia Rökels, hat mich angerufen. Tatsächlich ist eine der Chefin da, eine meiner alten Krankenpflegerin, Yvonne. Sie arbeitet jetzt in Notellia seit zwölf Jahren und ist jetzt Chefin geworden. Nicht für das ganze Ding, aber für den Tag. Und sie hat gesagt, du Jürgen, ich brauche eine Krankenpflege. Okay, ich kann es dir vielleicht besorgen. Wir mussten natürlich in Schwedis, die dann in Schwedis beibringen. Ja, mach das. Aber du kriegst nur vier Monate. Drei Tage in der Woche, vier Monate. Das ist doch völlig wahnsinnig. Normalerweise haben wir Intensiv Kurse, das sind fünf Tage in der Woche und fünf Monate. Ich sagte, tut mir leid, was kann die anbieten? Nehmt er oder nicht? Er sagte, okay, ich nehme es. Und habe dann das Konzept umgestellt. Das Konzept ist sehr anstrengend. Es ist anstrengend für die Teilnehmer, es ist auch anstrengend für die Dozenten. Aber man kriegt dann in vier Monaten C1. Es ist ein hartes Programm. Es ist da passiert, dass die Teilnehmer total motiviert sind. Ohne viel Arbeit zwischen den Unterrichtstagen funktioniert das nicht. Bis jetzt waren alle motiviert. Bis jetzt habe ich hier einzelne C1 gebracht. Und auf diesen Grund werden wir jetzt dieses Programm auch in unser normales Unterrichtprogramm einführen. So. Jemand hat Interesse oder hat Fragen, schreibt mir in mein E-Mail-Adress. Das steht Jürgenbror hier in YouTube. Jürgen at Nordic-Way.eu. Bis zum nächsten Mal. Hejdå!